Eckehard Bälle ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Synchronregisseur. Biografie Bereits als Kind wirkte Bälle in Werbe- und Fernsehfilmen mit. Ab 1973 spielte er in Sexfilmen wie Junge Mädchen mögens heiß, Hausfrauen noch heißer, Matratzen, Tango, was Schulmädchen verschweigen. Die Nichte der O und Schulmädchen Report 5 mit. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch die Titelrolle in dem ZDF Vierteiler Die Abenteuer des David Bälle fuhr, der zu Weihnachten 1978 ausgestrahlt wurde. 1979 gab ihm Franz Josef Gottlieb die Hauptrolle des Stefan in der Sexkomödie Sunnyboy und Sugarbabe. Im gleichen Jahr spielte er auch die Hauptrolle in der ZDF-Produktion Merlin. In der Zeit von 1980 bis 1986 wirkte er in acht der Rückfolgen mit, zuletzt in der Episode Der Fall Weidau. 1982 stand Bälle neben Martin Held und Gerd Fröbe für die Fernsehverfilmung des Komödienklassikers Der Raub der Sabinerinnen von Franz und Paul von Schön denn vor der Kamera. Im November 2008 war Bälle in der Pasinger Fabrik in München in dem Live-Hörspiel Spring Hielt Jag auf der Bühne zu erleben. Des Weiteren spielte er in der Weihnachtsserie Nestekchen mit. Darüber hinaus ist Bälle als Synchronsprecher aktiv unter anderem als deutsche Stimme von Walter König in Montrepp, Steven Siegel und Kevin Zorbo. Er lebt mit seiner Frau in München. Sein Neffe Maximilian Bälle und seine Nichte Jacqueline Bälle sind zudem ebenfalls in der Synchronbranche tätig. Aus dem Filmgeschäft hat Bälle sich nach eigenen Angaben zurückgezogen, weil er keine Lust mehr darauf hatte, für seine Rollen Klinken zu putzen. Und er die Sicherheit und Unabhängigkeit schätzt, die ihm die Synchronrollen schenken. Filmografie 1972 Schlachthof 5 1973 Was Schulmädchen verschweigen 1975 Die Halde 1975 Der Kommissar Eine Grenzüberschreitung 1976 Triumphmarsch 1978 Die Abenteuer des David Belfour 1979 Die Protokolle des Herrnem Fahrkarte nach Neapel 1979 Sunny Boy und Sugar Baby 1980 Tatort Streifschuss 1980 Merlin 1980 Derrick Ein tödlicher Preis 1982 Sehnsucht nach dem rosa-roten Chaos 1982 Derrick Die Fahrt nach Lindau 1982 Derrick Das Alibi 1984 Derrick Drei atemlose Tage 1986 Derrick Der Fall Weidau 2013 Der blinde Fleck Untertitelung bout birthdays